ja herzlich willkommen zum neuen vlog ich mache heute was ganz besonderes und zwar ich habe meinen scooter mit ich weiß der ist auch klein aber ich habe keinen anderen weil leute ich fahre jetzt ins geschäfts sticker kaufen weil mein nachbar der lumpale der wollte ja mitkommen also der doze los besser gesagt heißt er jetzt der wollte ja mitkommen aber er kommt einfach nicht nach hause er war in der stadt und er hat gesagt er kommt bald und es ist schon 17 uhr das geschäft also es ist 17 uhr 30 schon vorbei das geschäft schließt ja um 18 uhr wie soll ich da noch zurecht kommen leute ich werde mich jetzt bei allen ich mache jetzt auf den weg bis gleich so leute ich fahre jetzt hier weiter und ich hoffe er hört mich trotzdem denn einfach ab und schiebe ja auf jeden fall fahr ich jetzt ist geschäftsdicker kaufen wie gesagt ich hole mir zehn päckchen hier auto ich bin gerade hier neben der straße kacke ich musste mich jetzt bei allen das geschäft schließt in zehn minuten oder 15 minuten leute also leute so ich fahre ich gehe jetzt hier weiter ich bin schon bei einer ganz ich bin schon ungefähr 1 kilometer weg sind ungefähr drei kilometer ich habe ungefähr 15 minuten zeit ich steige ab und zu mal vom vom scooter hier runter und werde mal ein bisschen was reden hier auf jeden fall ich hole mir zehn päckchen für rund ich glaube 7 euro wo ich mir noch ein getränk dazu für ich habe zehn euro mit also geht sich alles aus leute es sind ja welche leute hier da vorne aber macht ja nichts vor auto leute bis später so leute hier ist ein baum abgestürzt mal weil so so viel gewitter war hier und leute ich habe noch 15 minuten zeit bis das geschäft schließt ich hoffe ich bin rechtzeitig von leute bis gleich ciao so leute ich bin gleich da ich bin jetzt da leute ich gehe gleich ins geschäft reinkaufen 10 packs und ja aber mehr brauche ich jetzt nicht mehr lohnt sich nicht mehr so viel zu kaufen weil ja weil weil ich einfach schon fast bei voll habe deswegen bis später so leute weiter im geschäft jetzt habe ich da ihr habt da jetzt nichts aufgenommen weil ich wollte jetzt nicht filmen ja wir kommen gleich gleich ich zeige euch gleich was ich gekauft habe ich habe mir zehn päckchen sticker gekauft und noch was zu trinken für mich und für mein bruder einfach so weil es ist anstrengend einfach hier runter zu fahren ich habe ihn habe es gott sei lang noch geschafft rechtzeitig zu kommen also ich bin glaube ich fünf zehn minuten bevor das geschäft schließt noch gekommen hier über die straße jetzt einfach mal und dann bis später so ich mache jetzt ich mache mich jetzt wieder heimwärts und ja falls wieder nach hause weil ich muss dann später wieder weg ich wollte ja mit einem freund fahren aber ja da ist noch in der stadt und ich kann nicht warten das geschäft schließt ja deswegen ich werde mit dir irgendwann anders fahren zu überleid ich wollte das schon letztes wochenende machen aber er hatte keine zeit und jetzt habe ich seit jetzt hat er wieder keine zeit dann hatten beide keine zeit letzte woche naja und ich wollte es morgen aber morgen ist das sonntag morgen geht gar nichts deswegen ich werde euch dann gleich zeigen was ich alles gekauft habe finde ich hier weil ich kann ich jetzt nicht einfach so zeigen während der fahrt das geht ja nicht so einfach auf jeden fall habe zehn packs gekauft für die ganzen videos einfach damit ich damit ich halt noch material habe weil ich fahre urlaub aber ihr seht das ich weiß nicht wann das video sieht ich glaube erst nach dem urlaub ich bin mir gerade echt nicht sicher ich nehme es gerade am 30 april auf und ja ich habe zehn packs einfach gekauft für sieben euro ich wollte kein ich wollte jetzt ein multipack eigentlich nehmen aber ich habe mir so gedacht nee das sind nur doppelte ich werde mir trotzdem irgendwann noch eins kaufen denke ich mal weil ich will noch eins aufmachen deswegen ich werde euch dann gleich zeigen was ich gekauft habe ich werde keine pause machen mich hinsetzen und dann euch schnell zeigen irgendwo da ich weiß nicht bis gleich so leute ich habe gerade noch ich bin schon wieder ein stück weiter oder eher viel weiter eigentlich ich bin bald wieder zu hause und ja habe gerade noch ein freund von mir getroffen hat er zu gesagt er ist damit fand ich habe es jetzt keine namen nennen aber er zu gefragt bist du mit weil ich habe gesagt nie weil ich habe ja selber was zu fahren ich will jetzt nicht mitfahren einfach weil ja ich will lieber nicht weil ich brauche habe ich will selber fahren deswegen ja liebe grüße an der stelle er wird sich eh angesprochen fühlen also liebe grüße ich will jetzt hier keinen namen nennen aber macht ja nichts ich bin gleich wieder da schon 18 uhr geschäft hat schon geschlossen zu meinen nachbarn dass man nicht aber wir werden sowieso irgendwann mal fahren also so leute ich fahre jetzt wieder weiter ich bin jetzt hier auf den hügel aufgefahren weil ich wohne auch so ein hügel auf deswegen kann auch deshalb sein dass mein internet so schlecht ist oder nicht so gut ist so ich tue mir jetzt meinen scooter hier hin ich zeige euch erstmal was ich gekauft habe ich gehe jetzt mal hier schnell zur bank hin einfach so war die ist ganz schön klein hier macht nichts ich hole mir meine ich zeige euch jetzt mal was ich gekauft habe ja ein paar sticker tüten zähne sind sie insgesamt warte mal ich glaube ich habe noch welche oder waren das jetzt alle ja waren sogar ich zehn mal durch 1 2 3 scheiße 4 5 6 7 8 9 10 ich kann es jetzt nicht zehn päckchen sind das ganze jetzt dann habe ich mir noch gekauft was zum trinken kennt ihr orange so oder ist so geil einfach schmeckt einfach so geil ich bin mein bruder noch fanta diese blaue einfach die schmeckt nach holunda ist sehr gut habe ich zwar selten getrunken aber die schmeckt trotzdem gut so ich stecke jetzt mal wieder alles ein restgeld habe ich auch noch drin ja das geht wieder mein scooter und fahrt schnell rauf ich bin gleich da leute ja das war es von diesem vlog eigentlich schon und dann gibt es noch ein ich werde das video von jetzt dick haben wie ich sie aufmacht kommt auch noch ist halt ein extra video aber macht ja nichts ja ich hoffe es hat euch so ein bisschen gefallen ich habe jetzt mein nachbar noch grad getroffen also kein nachbar denn ja lumperle oder dozelot heißt er ja den habe ich gerade gesehen der ist gerade jetzt hier heim gefahren ich habe mir sogar ich habe ich so gesagt sorry ich war schon sticker kaufen er hat gesagt er war ein krankenhaus aber ich will es mal ja ich will es aber nicht deswegen alles erzählen er war ein krankenhaus wegen irgendjemanden jemanden besuchen und deswegen hat er keine zeit gehabt weil ich hätte jetzt nicht warten können auf ihn ist schon kurz nach 18 uhr ich kann einfach ich kann ja nicht warten auf ihn einfach und ja bis bis gleich noch so leute ich finde es zu hause ich finde zu hause leute ja ich will es nicht zeigen aber egal heute findet es wieder da und das war's von diesem vlog wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss